Hallo YouTube und Hallo Richie. Herzlich Willkommen in Hevetia. Hallo Sarah, hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Und wir sind noch so ein bisschen auf Erkundungstour, ja? Ja, genau. Wir schauen, was es hier zu holen gibt. Aber ich habe noch keinen Käse gefunden. Genau, wir gucken uns die Häuser hier ein wenig an. Wo waren wir jetzt eigentlich drin? Ist das die alte Post? Kann sein. Du, hier hinten ist es auch nochmal. Aber kommen wir da nachher hin? Machen wir hier so ein Rundreiß? Ich denke ja, ne? Ja, ja, ja. Können wir machen, ja. So, den habe ich vorhin nicht erledigt mit meiner neuen Waffe. Aha, hier vorne liegt eine Tüte. Verdorbenes Gemüse. Attacke! 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 Steck deine Waffe weg. Steckst du deine Waffe weg? Ich habe gesagt, steck deine Waffe weg. So, was hast du? Schroppatronen, Baseballgranate, kurze Panikon, Nerfaktos, Lederistung, Postal. Oh, ist noch einer gekommen? Hab ich nicht gesehen. Jupp. Der kam von oben. Ah, okay. Ich mache mein Radio aus, auch wenn ich nichts höre. Danke. So, ja, wir sind ein bisschen auf Plünder-Tour. Oh, Telefon. Oh, geht doch nicht mehr. Oh, ist ganz viel Gedärme. Aha. Kannst du davon was einsammeln? Nee. Ja, da scheint hier der Metzger dann zu sein. Küchenware, Schneidbrett, Deckel für kleines Glasgefäß, Kochplatte. Ich sammle hier alles auf. Ohne Tee kann ich nämlich auch nehmen. Schmortopf, Salz, Nahrungsmittel, Dehydrierer. Okay. Was heißt das? Schrott, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt allerdings das wilde Apalachia jetzt und da soll es dann auch neue Sachen geben. Also Rezepte. Brau, braun kann man jetzt Getränke herstellen. Bleibt ein bisschen Wasser gesammelt auch. Eine Kiste, die man aber leider nicht öffnen kann. Oben ist ein Teddy mit einer Nachricht. Ich habe schon wieder was Stöhnen gehört. Ich auch. Wo ist der Teddy? Im Zimmer nebenan. Hier, hier, okay. Entsperren wir ihm die Truhe. Oh, kaputt. War jetzt einer? Hier oben nicht, nein. Flugzeugabsturz. Lesen. Bitte. Ich werde die Absturzstelle zusammen mit den Einheimischen untersuchen. Diese Stadt steht am Rand des Untergangs und dieser Absturz könnte uns über die Schwelle stoßen. Egal, ob es Überlebende gab oder nicht. Warte. Warte. Ja, warte. Ja, warte. Reddix, by the way, verdünnt. Und was finden wir vielleicht noch? Oh, ein Stimpack. Stimpack. Ja, das mit dem Fastnachtsumzug wird wohl noch eine Weile dauern. Ich denke, das ist ganz gut, dass wir uns da jetzt so ein bisschen hier mit der Umgebung anfreunden können. Und dann geht's vielleicht nachher nochmal auf den Umzug. Aha. Wenn du möchtest, ja. Ja. Noch ein Stimpack. Okay. Sehr schön. Seesack ist leer. Moment jetzt. Oh, sonst war nix. Bist du schon wieder unten? Ich bin unten, ja. Draußen? Nö, nö. Ich war... Ja. Sind das hier Schließfächer? Ja. Also scheint das hier die Post zu... Nein, das ist der Metzger hier. Das ist ein Schließfach. Da hangen wohl Fleisch dran. Ah, ja. Okay. Ein Hotel oder sowas? Ah, ja. Hallöchen. Zeremoniemeister. Wenn es für einen Pass nach Talzen machen wir hier keine heilen Sachen. Wilkommen, willkommen. Willkommen in Helvetia. Helvetia. Hier ist die Amerikas schönste Passmacht. Wir bereiten die Feierlichkeiten doch vor. Aber kommen sie bald wieder. Die Schweiz und ihre Fastnacht. Da ist mir der Karneval in Deutschland lieber. Sollen wir mal hier über die Brücke und die Kleinhäuser? Oder wie machen wir das? Ganz. Wir sind gleich am Ende. Ganz in Ruhe. Okay, machen wir erstmal hier. Hier hast du wieder einen Porzellanbierkrug, wenn du möchtest. Oder hast du den schon eingesammelt? Der, ich kann den nicht einsammeln. Ich habe den, glaube ich, vorhin schon irgendwann mal eingesammelt. Okay, hier ist die gute Bierstube. Ja, die haben sogar diese kleinen Fahnen mit dem Pluszeichen drauf hier draußen. Ja, man ist viele verwechseln mit dem roten Kreuz. Ja, ist aber nicht rot. Nee. Hier ist ein Safe. Ja, ich habe leider keinen Skill dafür. Ich mache. So, 44K, Draht, 8er, Hahn, Spanner, Revolver, silberne Taschenuhr, Milbergabel, Vorkriegsgräte. Aber du kannst ja jetzt auch da dran gehen, oder? Ich jetzt, nachdem das geöffnet ist, ja. Und hier liegt noch ein Zettel zum Lesen. Hier, okay. Darfst du dann lesen. Frohe Fastnacht. Willkommen in Frejas Küche. Zum Fastnachtsdienstag haben wir ein paar ganz besondere Nachtischangebote. Was der Fastnachtsdienstag ist? Deutsche und Schweizer Siedler trafen im 19. Jahrhundert in Helvetia ein und brachten ihre traditionellen Feste mit. Der Fastnachtsdienstag läutet die Zeit des Fastens ein. Doch zuvor wird noch einmal richtig herzhaft gegessen. Die Fastnachtsküchli gehören zu den beliebtesten Leckerbitzen. Dieses frittierte Fettgebäck ähnelt in gewisser Weise Donuts und wird dutzendfach verkauft. Schmeckt auch fein. Aha. So. Gehen wir mal hier hinten. Hier hinten ist gar nichts. Hier ist einfach nur eine Stube mit. Ach, ich schlepp jetzt die Teller doch nicht mit. Da hab ich doch keine Lust dazu. Geht es noch nach oben? Nach oben? Ich weiß nicht. Holzeimer. So viele Gläser. Müssen wir die mitnehmen? Brauchen wir Glas? Ich weiß nicht. Irgendwann werden wir es brauchen. Ja, im Moment. Glaube ich eher nicht. Wodkaflasche. Aber nur die Flasche. Oh, Moment. Stoff. Nehmen wir mal mit. Oh, hier ist ein Rezept. Blutkäfer, 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 Pfeffer, Steak. Oh, ich glaube, den kenne ich schon, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich nehme mal. Wenn ich ihn nicht kann, dann kannst du ja versuchen. Ja, gerne. Also, Bauplan. Das müssen wir ja unter... Okay, kannte ich noch nicht. Hundefleisch, Steak. Kann ich noch nicht. Eine Kiste ist nichts. Ein Siedler, ein Toter. Ja, das ist auch nichts. Oh, cool. Wo hatte ich denn die Fastnachtsgierlande her? Keine Ahnung. Schön. Einen Bauplan habe ich hier bekommen. Ah, der war mit dabei. Ich habe auch irgendwas mit Ballons. Fastnachtsballons. Hm. Das ist schön. Bauplan. Also, hoch geht es nicht. Ich glaube, hier sind wir dann auch fertig. Ah, ja. Ich gucke mal, aber nee. Dann gehen wir mal hier schauen. Was ist denn hier der Eingang? Holz. Oh, gut. Ich denke, der Eingang wird vorne sein, oder? Briefkasten. Zahnpasta. Okay, hier liegt ein toter Ghoul. Also ein verbrannter. Wieder Drucker. Zigarrenkiste. Hier ist ein Terminal. Wollen wir einen Terminal? Nichts, das ist ein Tor-Terminal. Können wir machen. Willkommen bei Termlink von Robco Industries Trademark. Automatische Wahlsysteme. Die ganze Nation wird uns um das automatische Wahlsystem Appalachia, kurz AWA, beneiden. Kein Auszählen mehr per Hand. Sofortige Bestätigung jedes Stimmzettels. Jetzt müssen wir nur noch auf den großen Tag warten. Und die Stimmzetteldruckmaschinen. Die Druckmaschinen sind mit dem AWA-System verbunden und sie sagen mir, dass ein Teil der Software zeitgesperrt ist. Aber keine Angst, die Stimmzettel werden wie wild gedruckt, sobald das Signal kommt. Ja, ich kriege mich wieder ein. Okay. Ich liebe es zu lesen. Gut. Und die funktionieren alle nicht bei dir, sagst du? Ja. Aha. Das heißt, wir aktivieren. Was ist, wer macht das hier? Was hier? Irgendwer hat mich geschlagen jetzt. Ich sehe keinen. Ja, ist auch schon wieder vorbei. Vielleicht habe ich da nur irgendwie ein Luftloch erwischt. Ein Luftloch. Verbranntes Buch. Kaputte Lampe. Coca-Cola-Flasche. Teddy. Oh, Moment. Was war das? Ich habe einen Ghul geschlagen. Ich bin überladen übrigens. Haha. Oh. Ja. Schade. Ja, aber wir können ja hier einiges fair, 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 fair werten gleich. Ja, wir haben ja hier... Ähm... Genau, haben wir... Möglichkeiten. Oh, ganz viele Dosen. Blechdose. Möglichkeiten genug haben wir hier. Hundefutter in der Dose. So etwas Schönes, Leckeres findest du. Teilst du denn auch dann nachher? Ja, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich habe meinen eigenen Silberlöffel gefunden. Sehr schön. Ich habe eine Schüssel gefunden. Ohne kaputte Futter dran. Ja, dann... Brauchst du einen schmutzigen, hellbränen Anzug? Ich brauche keinen. Oh, da höre ich doch was. Oh, schon wieder. Ich weiß, tapst du, aber ich weiß nicht. Unten sind zwei, drei. Hör auf zu uns schießen. Oh, die Sachen können... Äh, brauchst du ein Jagdgewehr, Stufe 10? Können wir auseinandernehmen nachher. Manchmal bekommt man da ja auch sinnvolle Mods raus oder so. Ja, war das jetzt die Post? Könnte die Post hier sein, oder? Sieht aus wie die Post. Nicht rauchen. Nicht trinken. Nicht atmen. Nicht bewegen. Finger bei sich halten. Genau. Was? Jungen hat gewunken? Oh, der hat ja eine coole Maske auf. Äh, wie war das noch? Oh, das haue ich mir rein. Das passiert mir auch jedes Mal. Ich glaube, ich sollte mal eine Hexenmaske mal abnehmen, oder? Das sieht bestimmt ganz schön gruselig aus. Ich glaube, er sagt auch was. Er hat da oben das Mikro, das Lautsprechersymbol neben seinem Namen. Oder bedeutet das, dass es ausgeschaltet ist, weil da ein X hinter ist? Oder er will, dass wir den Chat anmachen. Ja, ist ein bisschen unglücklich bei den Aufnahmen hier mit Chat rumzulaufen dann. So, wir sind am Ende der Straße, aber da ist noch ein Haus. Ja. Okay, wir sollen mal herkommen. Oh, er hat die Schnau für uns. Stimpack. Oh, danke schön. Zehn Stück. Oh, wow. Können wir nachher schön teilen. Wenn du magst, gerne. Ja. Holz. Ich hab schon wieder in jemanden gemacht. Oh, ja, tatsächlich, ich höre was. Sind die drin bei dir? Ja. War drin. Aber irgendjemand schießt. Hast du wo aufzuschießen? Das ist gemein. Oh, nein. Ja, genau. Sag ihm das. Hat er aufgehört? Ich schau nur mit einer Machete. Und du schießt. Er hat aufgehört. Sehr schön. Hat er ja auf dich gehört? Ja. Aufbereitetes Wasser. Ist das hier die Post? Ja, ja, das könnte die Post sein, aber es könnte auch ein Hotel sein. Die haben auch ganz schön viele Hotels. Ich habe gelesen, dass in dem vorletzten Haus, in dem wir gewesen sind, dieses Freya's Restaurant, dass es das wirklich geben soll. Und zwar genau auch an der Stelle, an der es hier steht. Also so an diesem Straßeneck. Ja, es ist ja alles, wie sagt man das, Realität, nach, wie sagt man das? Nachempfunden, ja. Ja. Und es soll ja durch die Bomben zu Verschiebungen gekommen sein. Also da haben sich die Landmassen etwas verschoben und deswegen sieht es nicht immer ganz identisch aus, aber so ungefähr wohl schon. Schrotpatronen kann ich doch gebrauchen. Ich glaube, ich habe ein Schrotgewehr. Oder zumindest Pumpguns hast du vielleicht. Die Pumpguns, die zerstöre ich immer, wenn ich diese sehe. Ja, ich verwerte die immer, meine ich. Warum? Ich, im Moment, habe ich es nicht so mit Pumpgun. Ich finde, die streut ganz schön und da habe ich immer Bedenken, dass ich andere treffe, eventuell. Ach so, ja, stimmt. Ah, wieso nämlich das Rattengift? Will ich das essen? Die haben hier Rattengift gegessen, hier oben. Mhm. Ich habe sie ihnen weggenommen, damit die keinen Unfug damit machen. Okay. Wo haben die Rattengift? Das habe ich gar nicht mitbekommen. In der Küche da. Ah. Mit dem Seelsack eigentlich schon? Ich glaube, ja. Das Bild jetzt aber gut überstanden, ha? Oh. So, damit sind wir am Ende der Folge, liebe Welt da draußen und liebe Sarah, wir sind am Ende der Folge. Ja, dann danken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.